Hier ist Sven Brux vom FC St. Pauli im hohen Norden und wie man an unserer gemeinsamen Geschichte ersehen kann, kann aus eher negativen Dingen doch was ganz Tolles, Positives erwachsen und im Namen des FC St. Pauli vielen, vielen Dank für deine Hilfe in den letzten Jahren, wenn es dem Verein mal schlecht gegangen ist. Sehr gerne. Also es kann was Positives aus was Negativen entstehen. Jetzt wollen wir natürlich auch die Geschichte dazu hören. Hier ist nochmal Sven. Wir waren als kleine 16, 17-jährige Panker auf einem Konzert in Neuwied und freuten uns auf den Auftritt einer damals populären Band namens Toxoplasma und für uns neu im Vorprogramm befand sich eine Band namens Die Ärzte, die ja eher ein bisschen poppig daherkam und unsere musikalische Toleranz war wohl noch nicht so breit gefächert, dass wir das dann einfach so ertragen konnten. Ganz kurzum, wir haben die Band berotzt und sie aufgefordert von der Bühne zu gehen und wir haben uns ganz kurz eine kleine Hauerei geliefert. Also wir hatten uns einen Abend, vielleicht das Recht der Inneren ist ja schon ein bisschen her, auch schon wieder vertragen, wie das halt damals so üblich war. Pack schlägt sich, pack verträgt sich. War so, ja ja tatsächlich war so. Sven, also der hatte meterhohe Haare, das hat er heute aus naturgegebenen Gründen nicht mehr. Mangelsmasse. Mangelsmasse, ja, ich will ihm da nicht zu nacken und der hatte meterhohe Haare, wirkte deshalb riesig und die standen im Publikum und haben da hochgerotzt und ich meine irgendwie komm da hoch, wenn du was willst, kam er dann blöderweise auch. Und dann standen wir uns gegenüber, haben uns da ein bisschen gerollt und gehauen und ja, es war so semi-ernst gemeint, es ging auch direkt gleich, da war ein Rockerclub, die haben da Security gemacht und die gingen dazwischen und vor denen hatten wir alle schon ziemlichen Respekt. Insofern haben wir dann später tatsächlich während des Konzerts von Toxoplasma, meine ich, Bier getrunken. Ich habe Sven dann wieder getroffen, einige Jahre später, 93, als es die Ärzte wieder gab, nicht zuletzt wegen dem FC St. Pauli übrigens, weil ich war in Urlaub, war mal im Stadion des FC St. Pauli und da spielten die in der Halbzeitpause Westerland und da hat er eine Gänsehaut bekommen, also so die Reaktion des Publikums, die pfiffen mit und sangen mit und er dachte so, wow, diese Wirkung haben wir immer noch, nachdem es uns vier Jahre nicht mehr gibt und hat dann mir irgendwann den Brief geschrieben. Auf jeden Fall, Sven hat da damals das FC St. Pauli-Fans in Überstager gemacht, was so ein bisschen dem Verein angeschlossen war, aber völlig autark und hat da ein Interview mit mir gemacht und dann habe ich den so angeguckt, er hatte ganz kurz geschorenes Haar und dachte so, Alter, ich kenne dich doch irgendwoher, so kann es sein, dass wir uns vor acht Jahren und so, ja genau. Gibt es Momente, wo du dir die Zeit zurücksehnst, wo du dir denkst, Mensch, nochmal so wild sein, nochmal solche verrückten Sachen machen wie damals? Nee, ich bin total dankbar dafür, was ich alles erlebt habe und auch solche Sachen, also auch im Mist schlafen und wirklich, ich habe genau wie jeder ein 18, 19-Jähriger auch heute mich für unsterblich gehalten und mich hat da nicht geschert um viele Dinge, das ist natürlich ganz toll. Das ist ein spannender Punkt, Bela, wann war bei dir dieser Zeitpunkt erreicht, wo du eben dich nicht mehr für unsterblich gehalten hast, wo dir klar war, das Ganze ist endlich? Kannst du das festmachen? Naja, also diese Unbeschwertheit haben wir zum Beispiel tatsächlich immer noch musikalisch, also ob Solo oder auch bei den ersten... Aber jetzt menschlich gesehen? Na, menschlich gesehen, also ich habe gar nicht, ich habe jetzt nicht Angst vor dem Tod, wenn du darauf hinaus willst oder sowas, ich sehe eigentlich dem Altern auch total gelassen entgegen und so und wie in Zeitverschwendung denke ich halt eher an andere Leute dabei, was seht ihr noch in mir, hallo Leute, irgendwie so, könnte doch sein, dass ich vielleicht demnächst mal den Mafia-Opa spiele in einem Film, aber nicht mehr den jüngeren Killer, die Killer kriegen immer die Mädchen, ne, aber Ich weiß, ich hatte halt mal einen fast tödlichen Autounfall, 99 und da habe ich dann auch danach Sachen deutlich leichter gesehen, so, aber ich glaube, davor habe ich eher an Endlichkeit gedacht, als nach diesem Erlebnis. Wir wollen jetzt mal deine Spontanität überprüfen, also verbalerweise mit einem kleinen Spielchen. Okay. Sekt oder Seltas? Ganz einfach, ich nenne dir Begriffspaare, du entscheidest dich für einen der beiden und lieferst uns eine kurze spontane Begründung. Huf. Okay. Dirk oder Bela? Bela. Weil? Weil ich länger Bela heiße als Dirk, also meine Mutter nennt mich Dirk und wenn jetzt irgendjemand Dirk schreit auf der Straße, dann habe ich immer das Gefühl, meine Mutter beobachtet mich. Oh Gott. Musik oder Film? Musik. Musik ist meine Leidenschaft, das ist ganz klar. Untergang oder Aufgang? Untergang oder Aufgang. Der Untergang hat viel Schönes. Leicht morbide Anwandelungen? Ja, durchaus, durchaus. Aber Morbidität ist mir zu eigen und man kann das durchaus genießen. Du stehst ja auch auf Horrorfilme, ne? Ja, absolut. Nach wie vor ist das wie eine Sucht. Digital oder analog? Ach, ich finde analog, ich gehöre zu den Leuten, die glauben, dass man analog noch hören kann, aber digital macht alles so viel einfacher. Ich habe heute einen Bericht über Jack White gelesen, der alles nur analog aufnimmt und beneide den halt für diese Freiheit und für diesen Glauben auch. Aber ich sitze zu Hause, ich habe alles in einem Koffer, mein ganzes Mini-Studio, wenn ich Songs aufnehme, irgendwie alles nur in einem Koffer und das genieße ich auch. Aufregen oder Abregen? Abregen auf jeden Fall. Aufregung ist nicht gut fürs Herz. Worüber kannst du dich überhaupt so richtig aufregen? Ich habe mich gestern sehr aufgeregt, als ich meinem Lieblingsverein beim Fußballspielen zugeguckt habe. Ich musste das dann im Fernsehen tun. Es ist doch gut ausgegangen. Es ist gut ausgegangen und man muss auch mal sagen, unser Mittelstimmer Marius Ebbers hat ein Handspiel zugegeben. Legendäre Szene. Er wird den Fairness-Preis dafür kriegen? Ich hoffe. Also sollte er auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall jetzt also von dieser Zweitligasaison nicht sein. Ich habe mich gefragt, ob Spieler des BVB oder des FCB ebenso getan hätten. Das traue ich ihm eher zu als Sascha Rüssler. Aber so. Ja, das stimmt. Das ist ja jetzt das Spiel der Spiele. Ich weiß es nicht. Wir sind ja mittendrin in Sektor der Seltas. Weiter mit Pogo oder Sumba? Pogo. Ich weiß gar nicht, was Sumba ist. Sumba ist, glaube ich, so eine neue Aerobik-Geschichte, oder? Wer weiß denn das? Jawohl. Okay, also Sumba, wenn ich es mir angucken muss, dann lieber Sumba. Ästhetischer. Weil ich gehe davon aus, dass da gestehlte Frauen irgendwie Aerobik machen. Oder Frauen, die gestehlt werden wollen. Genau. Aber selber mitmachen, da bin ich beim Pogo erfahrener, sag ich mal. Gut. Selbstliebe oder Selbstzweifel? Selbstliebe. Sehr wichtig. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich selbst wirklich lieben konntest? Ich muss ich mich selber, und das rate ich auch jedem da draußen, immer wieder zurückrufen. Man muss sich einfach die Zeit nehmen und sich selbst von mir aus auch im Spiegel anschauen oder einfach nur reflektieren und auch Dinge finden, die man an sich selber gut findet. Wenn du dich im Spiegel anschaust, schaust du dich dann auch manchmal so von der Seite an? Das hat mir Reinhard Fendrich mal erzählt. Wir Männer denken ja immer, wir sehen immer noch genauso topfit aus wie mit 20. Und wenn man sich dann zur Seite stellt, da sagt man, Mist. Ging dir auch schon so? Ging mir auch schon so, ja, ja. Jetzt nicht mehr, bist du wieder fit, richtig? Ich bin fit, ja, ja. Also ich muss mich jetzt halt drum kümmern. Für die Tour. Früher hat Drogenkonsum und keine Ahnung, hat kein Essen gereicht. Jetzt genieße ich ja natürlich auch mal gut zu essen und sowas und dann... Aber also, ich sag mal, schon zwei Wochen Tourproben reichen schon, dann ist man wieder in Form. Gut. Weiter mit Tabus brechen oder Political Correctness? Jan wird nicht akzeptiert. Also eine Political Correctness leisten wir uns tatsächlich und ich finde es in Zeiten wie diesen tatsächlich wichtig, dass man auch Standpunkte vertritt und wirklich sagt hier, also das muss jetzt nicht sein. Nur weil es jetzt eigentlich plötzlich egal ist, muss man nicht anfangen wieder Pelz zu tragen oder sagen, ey komm, ich kann sowieso nichts ändern, also trinke ich oder kaufe von dieser einen Marke oder keine Ahnung. Also da bin ich schon der Meinung, dass man da aufpassen muss und bin leider manchmal da auch bei meinen Freunden ein ungeliebter Zeigefinger. Auf der anderen Seite... Ist der Moralist verschrien? Nee, nur manchmal sagt man, jetzt hör doch mal auf und ich sage, nee, aber in so Kleinigkeiten machen es fest. Auf der anderen Seite unterstütze ich komplett Draufgängertum, ja. Das ändert sich nie. Nee. Gut. Und das letzte Begriffspaar in Sektor, das hält das Sex Pistols oder Sex Spielzeug? Oh, wir haben zweimal mit den Sex Pistols gespielt und das war nicht so eine super angenehme Erinnerung. Was die Sex Pistols mit mir gemacht haben, mit ihrem ersten Album 77, 78, als ich es gehört habe, das wird immer unvergessen bleiben, was sie der Welt mit Punkrock geschenkt haben, quasi als Galleonsfigur des Punkrocks, auch nicht, aber mit ihrem Comeback und da die Konzerte, die wir gespielt haben. Wieso war es bei anderen Konzerten? Das war einfach, also Punk ist alles, aber nicht Nostalgie. Ganz kurz nur die Antwort, also Sex Spielzeug kann ich durchaus empfehlen. Ja, das bringt auch ein bisschen Würze in längere Beziehungen. Jawohl, das ist doch mal eine klare Aussage. Ja, Sex Pistols einfach war, keine Ahnung, das ist einfach, gerade Leute, die damals alles einreißen wollten, dann halt so, weiß ich nicht, wie so, plötzlich so wie Rockhelden ihre Vergangenheit abfeiern sehen, das möchte ich. Wir wollen jetzt mal einen kleinen Rundgang machen durch sozusagen Bands, die dich oder die euch geprägt haben, auch aus der Frühzeit, aus deiner Kinderzeit vielleicht auch noch und haben zu diesem Zweck ein kleines Glücksrad, ein Band-Glücksrad sozusagen. Wir drehen das, immer da, wo es stehen bleibt, erklingt ein Band-Name und dann sagst du mir ganz spontan, was dir dazu einfällt. Und los geht's. Was das geliyor? O Elektron respecto zu dem kleinen Rundgang!